...geniale Ausbrüche, ist es das in der Deutsch? Interaktive klinische Falldiskussion mit Teledialog-Interstützung. Das klingt total spannend. Wenn er z.T.E.K.G. Ist der Windoption, hat er geblieben? Also, hallo? So, dann halten wir ja wieder da. Schön mit Säufenkrebel. Herzlich Willkommen, liebe Sommerfischler, liebes Filmteam. Ich bitte dich wieder aufnehmen. Ich beniss dir das so, was sonst erschreit ich dann. Also auch mit dänischem Fernsehen. Rechts ist der Bahnhof, liebe Gäste. Das ist also ein Durchgang der Palasse in der Altstadt. Und die Seine mit dem Anz und die Besten, die in der Kirche sitzen. Wo steht noch nicht auf? Dann können wir nicht mit Leuten. Zack, wie das gut zu gehen. Oder die Wünsche, was ja nicht wirklich zu tun. Ich bin nicht so, dass die Künstler, die in der Kirche, die in der Kirche, die in der Kirche, die in der Kirche. Ich bin nicht so, dass die Kirche die Künstler kam, aber sie hat nicht mit ihrer Kirche. Ich bin nicht so, dass die Kirche ist. Nein, aber nicht so, dass Sie hier die Kirche, die in der Kirche von Kirche die in der Kirche sind. Dann müssen Sie sich einfach mal in einer Zeit versetzt und so wie abzunahmen, wenn Sie da hören, und dann fahren hier noch mehr vorbei, Ihr Blick in der Stadt. Auf Ruhrwein und auf Gewissen von Ihnen. Erst vor den Touren kann man ja auch so was halten und zeigen, und dann fliehen Sie so gut. Wir sind ja Studenten und alle, das werden wir jetzt in die Presse. Wir wollen absolut nach vorne kommen. Also sitzen Sie imelsenmannbach und dann sind Sie ein bisschen angst. Sie sind zwar mehr an Geld, die haben Sie schon ein bisschen schwierig. Ein Drittel auf Guadalbauch. Sie können sich nicht nur auf meiner Seite zeigen, weil Sie eine Frau gerade oben auf einmal zu Oopswe biteen. Aber dann haben Sie die Reden. Das ist ein drunter Deutscher zu tun. Dann sind sie für alle, sind die Beine. Ich glaube, hier auf den Leuten gesagt, dass ich das erste Mal aus der Mitte ist, und da waren Sie noch nicht die Einfluss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020